Licht hat die Menschen schon immer fasziniert. Es gab und gibt bis heute zahlreiche Ansätze, seine Natur zu erklären. Isaac Newton beispielsweise nahm an, dass Licht aus Teilchen besteht. Er nannte sie Korpuskel. Diese Idee wurde im 19. Jahrhundert von einer Theorie von James Clark Maxwell abgelöst. Er beschrieb Licht als elektromagnetische Welle. Experimente zur Interferenz bestätigten diese Wellennatur des Lichts. Im Zuge weiterer Forschungen wurde beobachtet, dass Licht aus einer Metalloberfläche Elektronen herauslösen kann. Diesen Prozess nannte man lichtelektrischen Effekt oder auch photoelektrischen Effekt, kurz Fotoeffekt. Er wird heutzutage vielfältig genutzt. Schauen wir uns doch mal an, wie er entdeckt wurde. Im Jahr 1839 experimentierte Alexandre Edmond Becquerel mit Elektroden in einem Elektrolyten. Er wollte herausfinden, was passiert, wenn man zwei Elektroden aus demselben Material verwendet, aber eine im Dunkeln hält und die andere mit Licht bestrahlt. Dabei stellte er fest, dass im Elektrolyten ein Strom zwischen den Elektroden floss. Violettes und ultraviolettes, also kurzwelliges Licht, schien dafür besonders geeignet.